herzlich willkommen zu einem shop video wenn euch das hier auf dem kanal gefallen in zukunft auch keine weiteren videos mehr verpassen wollt lasst gerne ein abo da dann unterstütze mich auch auf dem weg 10.000 abonnenten finde noch ein bisschen mehr als 100 also sollten wir auf jeden fall in diesem monat denke ich mal schaffen können wenn auch weitere video vorschläge ab können ist auch gerne in die kommentare schreiben heute werden wahrscheinlich dann die highlights von der fncs von gestern folgen lief auf jeden fall um einiges besser als am ersten tag ich denke mal das werden auf jeden fall ganz nice highlights ihr könnt natürlich gerne dieses video auch bewerten kommentieren und teilen würde mich ebenso freuen und schaue gerne vom titschkanal vorbei link dazu ist eine video beschreibung und lass dann auch gerne ein follow da um in zukunft auch keine weiteren zu verpassen und ich würde sagen schon setzt den item shop an und heute haben wir immer noch die ganzen starwarskin sie werden bis morgen glaube ich noch drin bleiben und ansonsten haben wir ganz links in einem power cord skinne wieder im shop er hat mittlerweile auch weitere stil bekommen und zwar den abtrünnig stil natürlich auch hin bei der beim backpack dazu gibt es dann die anarchie hacke und dann den stage steif gleiter als nächstes haben wir dann hier den das lümer skin oder den den lümer skin besser gesagt ich habe einmal die variante reaktiv dann einmal das neon lama und der neon löwe bei der reaktiven variante ist es eben so dass glaube ich auf der spitzhacke immer das neon lama ist und wenn man dann auf die waffe wechselt wechselt der zum neon löwen skin dazu gibt es dann natürlich auch noch ein backpack und natürlich auch eine weibversion und seit den hasen wolf hier hat man auch wieder das gleiche auf das spitzhack ist dann der neon hase und auf der waffe ist dann der neon wolf und dann gibt es dazu natürlich auch noch die neon tier lackierungen sieht auch auf jeden fall auch ganz nice aus als nächstes haben wir dann den zorkotons gehen im reisenden paket für 1200 wie wachsen blauen skin und eine spitzhacke ist auf jeden fall vollkommen in ordnung hat man auch noch eine dunkle variante bei dem skin dazu gibt es dann noch den team welt all die mode als zunächst haben wir dann noch den meister minutaurus dann den wild winkler als spitzhacke dann den gute laune gang im rot dann haben wir zunächst noch den rio grande skin war glaube ich auch schon relativ lange hier im shop einmal hier natürlich auch immer dem stil mit kopf verdeckung ohne kopf verdeckung gibt ja mittlerweile sehr sehr viele skins wo das möglich ist dann aber zunächst den wirbel wind die mode war glaube ich auch schon sehr lange nicht mehr im shop dann haben wir noch die punktetafel hier wird eben eine zahl von 0 bis 10 leute gezeigt ja genau und dann haben wir natürlich noch die ganzen starrer skins hier kann man entweder einmal zwei pakete kaufen einmal das sternjäger paket oder das ordnung und frieden paket mit spitzhacken und dann mit den mit die gleitern allerdings kann man sich auch alles einzeln kaufen hier war einmal in kein grand skin beim umhang kann man ja auch die kapuze abnehmen funktioniert allerdings glaube ich tatsächlich nur beim kalt kyle rand skin dann aber als nächstes die vibrosense dann den dunkle seite mode als nächstes haben wir dann hier ray mit rays kampfstab dann den ss trooper mit der mit dem schlagstock als spitzhacker dann haben wir zunächst widerstand daumen hoch dann den y flügler als nächster noch den verrätemote und dann als letztes den teiljäger der ersten ordnung das waren dann alles ging so weit aus dem heutigen shop video und ich hoffe ich hatte sie natürlich gefallen wenn es so sein sollte lasst gerne eine bewertung hier da würde mich auf jeden fall freuen und dann bis zum nächsten video